Hallo und da sind wir wieder in Ace of Spades und wie ihr schon gehört habt, der liebe Kobold ist dabei, der liebe Killerkix ist dabei und meine Wenigkeit. Ey, bleib mal stehen. Nein, niemals. Oh, hallo Kobold, ich bin in deinem Team übrigens. Und wir spielen hier auf einer Minecraft Map. Manch einer kennt sie, manch einer hasst sie, manch einer fürchtet sie. Was? Und, alter, ist wirklich ganz nice gemacht. Da hätten Endermen erstmal einen Erdblock rum. Ich zeig mal hier die Map ein bisschen. Hier steht ein Schneemann. Da ist eine Diamantspitzhacke. Im Sprung bin ich nicht gut. Hier ist eine komische Lampe, wie heißen die? Egal. Ach, der schläft. Da ist ein lieber Ongler, der schläft. Na doch. Da ist der lieber Killerkix. Nein. Alter, ich wollte gerade die Karte zeigen. Hier sieht man die Spielzeit noch mal besser. Dann mach halt M, dann sieht man die Map. Ja, aber, ja, die sieht man sie von oben. Ja, ja, voll gut. Hä? Aua. Hat sogar zwei Salben hintereinander abgefeuert. Nein. Das ist einfach nur die Rate von der so extrem hoch. Also. So, also ich zeig mal ein bisschen weiter die Karte hier. Geh mal hoch. Alter, wie schnell schießt die. Ich hab nur einen Schuss geschossen. Hier hoch. Und dann hier hoch. Hoppa und hopp. Ähm. Okay. Also hier, das ist der Enderman von oben. Hier guckt er quasi runter. Also ist schon ganz nice gebaut, muss man sagen. Die Bäume sind auch sehr schön. Und die Farben sind eigentlich so wie in Minecraft. Find ich nice. Das ist... Okay. Okay. Hey, jetzt würdest du noch sagen, jetzt geht's Rache. Nein. Jetzt gibt's Beef. Bam, bam, bam. Energie. Los, zeigt euch. Ich bau mal ein bisschen Bambus ab, ne? Ja. Das ist zwar Zuckerrohr, aber egal. Das bau... Das brauch ich um ja... Alter. Ach, du willst den Pumpkin-Buy-Craften? Ja, klar doch. Wo ist er? Da ist er. Höh. 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 Alter. Hast du ihn nicht bekommen? Hohball? Ich bin da voll stark gestorben. Kinders, ey. Alter, wie viele Türme. Alter, wie viele... Wie weit. ...zu bauen, ey. Ist ja krass. Ha. Im Sprung. Und? Habe ich dich noch... Ach, egal. Ich hab dich genommen. Also die Brücke hier drüber ist ein bisschen... ...fett gehalten, weil es sind ja auch Erdblöcke und die sind... ...alle Blöcke sind ein bisschen riesig. Fuck hell. Ich find keine... Und wir sind hier quasi kleine Ameisen in... ...Ace of Spades in Minecraft. Was? Ach, Leute. Das wird langweilig. Zwei gegen ein und du gewinnst. Ja. Weil ich die Map einfach nur scheiße finde. Ja, genau, ey. Jetzt versuch... Ja, man muss immer rüberlaufen. Jetzt versuch ich hier nicht rauszureden. Ist so. Ja, ist wirklich so. Ich geh mal kurz in ne Naturhöhle, wa? In ne wat? Ja, es gibt doch bei Minecraft welche Naturhöhlen. Und ich geh gleich MTA spielen. Oder APB. Okay, ich komm mit. Du brauchst nicht weinen. Das war das. Nee, das mein ich doch gar nicht. Da musst du schon besser aufpassen, mein Freund. Nein, nein. Ich meinte, Killer Kicks hat mich gekillt. Ach so, das ist traurig. Ja, es ist sehr traurig. Ja. Ich versuch hier gerade ne ordentliche Treppe noch umzubauen. Ey, euer Ernst. Hallo. Loll. Geil. Du es noch getroffen hast. Jetzt ist ja. Das ist schon das bestes Game ever. Lalalala. Lalalalalala. Triss dich nicht, du triss dich nicht, du triss dich nicht. Hallo. Mit Burst Feuer. Oh, du Sponsor da. Ich hab deinen Spawn gefunden. Ach nee. Ach. Double Kill. So muss das. Ey, Leutchen. Ihr könnt auch auf den Schneemann draufgehen. Echt? Ja. Ja, seh ich. Da ist ne Treppe drin. Ganz nice. Komm mal wieder runter zu dir. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Hallo? Hm. Scheiße. Also die Karte ist cool zu zeigen, aber zum Spielen ist sie irgendwie... Naja. Zu groß. Schneemann. Ey, äh, 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 Killerkeks. Schneemann. Schneemann. Killerkeks, Killerkeks, Killerkeks. Gamer. Gamer, Gamer. Joll, bestes Game ever. Gamer, Gamer. Ich hab gestern 40 Euro für Leech of Legends ausgegeben. Why? Was? 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 Du zockst jetzt auch? Jaaa. Nein, überhaupt nicht. Woah, Alter! Dein Verdammt! Duuuh! Alter, ich lauf dann direkt rüber. Seh ihn noch. Wollt er weiter rennen? 40 Euro. Ey, jetzt bin ich! Achso, das bist du! Sag mir jetzt einen was, ne? Wie viel RP hast du noch und wie ist dein Account-Name? Ich hatte 7000 RP und hab jetzt noch 200. Schade. Du wolltest was, oder? Einen Champion, oder was? Ja. Welchen? Äh, Trash hätt ich gerne. Der ist gerade im Angebot. Den hab ich auch, der ist geil. Geiler Supporter. Ja, hier Quatsch. Erstmal von Leuten. Ich wollte dich grad sagen. Alter. Ist er da? Keine Ahnung. Doch, ja. Höpa. Oh, ja. Geil für die Granaten. Sehr gut geworfen. Alter, wie das einfach zerstört wird. Ach! Ihr seid so inkompetent. Hö! Scheiße! Was ist denn? Ich bin im Schneeband. Hä. Aber Weih ist auch geil. Ja, Weih. Wie soll was denn los? Weih hab ich ja. Ja. Ich hab irgendwie jetzt grad 20 Champions oder so. Hab lauter gekauft. Kassix ist auch geil. Hab ich vorhin gezockt. Kassix? Dieses Alien da. Nein! Fuck. Ey, äh, äh, also Killerkicks, was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Wir können ja gleich die Map spielen. Äh, die war diese komische mit den Bäumen. Alter, ich fall hier jedes Mal runter. Du weißt welche, oder? Ja. Ah. Jetpack, du Alf-Buy-Errungenschaft. Die hattest du noch nicht? Mhm. Ich spiel so selten Jetpack. Ja, ich auch. Ich spiel eigentlich richtig oft Jetpack. Jetpack Joy-White? Oder welches? Ich spiel sehr oft Jetpack-Man. Ja, Jetpack Joy-White. Nein, diesen Jetpack-Man. Achso, Jetpack Joy-White. Beste App ever, genau. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß es. Dein Ernst? Ja. Ja. Oho! Hä? Hä? Was soll's bist du? Lalalalalala. Ich... Von irgendwo, aber von wo? Hm. Weepie? Weepie einfach mal so abgehauen wird. Haha. Ey, aber wohin? So. Ich glaub ich hör's. Sucht mich. Suche dich ja schon, aber ich find dich nicht. Ein Turm ist in meiner Nähe. Ein ganzer. Ein ganzer. Hammer. Kommt mal auf den Schneemann. Da bin ich nicht. Ne, dann komm mal dahin. Ach, der ist unten am... ähm, beim Angler. Scheiße! Im Fall. Ich springe mal runter und schließe ich währenddessen ab. Yo. Ey, ich hab ihn schon wieder aus dem Fall verloren. Alter! Äh, was... Was für ne Sniperausbildung hast denn du? Was? No Scope. Kann sein, dass ich ein gutes Aim... Kann aber auch nicht sein. Keine Ahnung. Ja, bestimmt du. Aimbot. Aimbot, genau. Wie ist das so? Hast du doch... Hast du doch mal letztens gesagt? Hast du doch letztens runtergeladen oder nicht? Ja, bei Chip. Mhm. Ich schon wieder! Ähm... All-Game-Ambot heißt der, ne? Ist für alle Spiele. So, bei Aimbot wüsste ich auch, wo... wo Killer Kicks dauernd ist. Wo denn? Ja, ich hab Wallhack drin. Ja, deswegen fliegst du doch überall durch und schießt durch Wände und... Klar. So, das bist du. Ja, das bin ich. Ist krass, oder? Ich bin überall. Wo ist er denn hin? Alter, der Baum fährt nicht mal zusammen. Was ist da denn los? Wooppa! Ich hasse dich! Ich hab nen Kill gemacht? Wie hab ich nen Kill gemacht? Ach, mit meinem Türmchen! Ein Dimespawn! Wo ist das? Oh, das war jetzt mal richtig geil! Tschüss! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Lass dich doch in der Ruhe! Aber ein gewisser anderer nicht! Wer denn? Äh... Äh... Das wollte ich grad gar nicht öffnen. Ah, du hast also Internet-Probleme! Ich hatte. Du hattest? Ah, mehr! Hm... 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 Sucht und findet mich. Okay. Gefunden! Wo denn? Na, da! Wo denn? Na, da! Ich bin nicht da, wo du denkst. Ich bin da, wo ein Türmchen steht. Ja, auf dem Minecraft-Kopf. Auf den, äh, Steve. Vielleicht auch in den Minecraft-Kopf. Hammer! Wie kommt's denn da rein? Ich hab' mich durchgewundelt. Aber da drin ist ein Hohlraum. Voll cool. Ja, ja, im... Ist halt nichts drin in dem Kopf. Was ist'n? Oh, hallo, Private-Gamer. Ja, ist'n der? Äh... Äh... Ich glaub' irgendeiner aus meiner Steam-Liste. Äh... Ich glaub' irgendeiner aus meiner Steam-Liste. Ey... Wie? 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 Hundertprozentig aimbot. Eins. Wie? 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 Ich bin da, wo du bist. Hm. Was dann gar nicht geht, weil du ja nicht da bist, wo ich bin. Aber ich ja da wär, wo du sein müsstest. Der Private-Gamer. So, jetzt seh' ich ihn erst. Alter, die Junge! Von wo? Von oben. Bestimmt Schneemann. Nicht dein Ernst, jetzt kriegst du auch's. Ach, äh... War einfach. Hm. Jetzt ist er wieder weg. Alter. Alter. SD 23. Sud 23. Das waren die Nachrichten. Ganz live. Und stets aktuell. Ich bin da unten in diesem Tunnel da bei den See. Ja, ist klar. Also, die nächsten fünf Kids entscheiden, okay? So weit kann ich nicht zählen. Loll. Loll. Auf einmal ist er im Hintergrund. Loll. Ich weiß, wo er ist. Ich nicht. Ich schon. Okay. Und wo hast du denn? An der Angel. Okay. Versteh' ich nicht. Also, wo? Dein Ernst? Du schießt dich da durch? Hm. Wo bist du? Wo bist du, Killerkeeks? Ich bin diesen... Seeler. Hammer. Und wo, da? Seid ihr echt so blöd? Junge! Da ist ich! Aha! Hä? Hallo! Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß es. Ich nicht. Äh, du... Der will mich doch... ...verarschen. ... 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 nicht. Ich bin in diesem Tunnel. Ja, da bin ich doch schon vorhin durchgelaufen. Ja, aber da ist so eine Kerbung. Der falsche Tunnel. Der falsche Tunnel? Es gibt ja mehrere Tunnel. Hammer. Und ich kenne nur einen, also ja praktisch. Lacker. Alter, wo wart ihr denn? Voll versteckt, genau. Tschüss. Okay. Geht doch. Nächsten zwei Kills entscheiden. Ja, er krallt wahrscheinlich in der nächsten fünf. Ja, dann halt nächste drei. What the fuck. Sag ich doch, nächste sechs. What the fuck. Bam, 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 bam. Ist zwar ein bisschen unfair, aber lassen wir es. Warum? Oh, der andere ist nicht da. Eben. Dein Ernst? Ja. Ha! Ich bin doch da reingelaufen. Ja, du bist da reingelaufen. Sorry. Oh, hallo. War das frech? Ja. Echt? 26. 26. 26. The next killer will be entscheiden. Will be entscheiden. Bestenglisch. Yes, of course. We are speaking people. Was redest du da? I don't know. Hey. Ja, hallo. Buff. Alter. Boah, das war ein Kill. Ein geiles Kill. Also, wir haben gewonnen. Das war's. Okay, diese kleine Runde. Ace of Bates. Wir sehen uns dann in der nächsten Karte wieder. Ja. Bis dahin. Wo bist du hin? Echt? Nein, äh, Kobold. Kobold? Ja, der hat sich gerade in Luft gejagt. Ja, geh doch mal raus, damit ich... Äh, äh, äh. Ja, alter, was war du los? Ja, okay. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.